die sonne strahlt auf unseren kopf das ist richtig geil und wir haben hier gepennt herr goldmann war gerade da drüben im fluss drin und ich werde ich werde jetzt erst mal fräsen machen jetzt werden hier diese garnelen drauf gemacht und zwiebel und champignons und paprika guck mal diese ganzen portugiesischen fliegen die fressen unsere zweite portion auf das heißt dieser fressen der muss schneller fertig werden damit nicht zu viele fliegen das hier fressen und die sind hier auch drauf so fressen portion 1 ist fertig das wird jetzt gefressen das ist portugiesisches fressen so die sachen sind gepackt und bei uns mangelt es an wasser